hi helge hier aus frankfurt germany tja kleine anekdote aus dem leben eines musikers der musiker papa spielt überwiegend am wochenende ist also unter der woche zu hause und betreut das acht monate alte baby die mami kommt nach hause nach einem achtstündigen harten bürotag geht ins kinderzimmer sieht das kind in seinem bettchen mit seinem rasselchen spielen sagt sie vater vater komm mal bitte her wir hatten doch besprochen dass du dem kind reden beibringen sollst man versteht kein einziges wort nein in tunisia ein 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 Musik 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 Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis der nächste. Danke sehr, ciao.